Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin es wieder, euer Alex und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid zu einem weiteren Video der Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Marktplatz Kaufland. In diesem Video möchten wir die Einstellungen vervollständigen, um hier den Verkauf auf dem Marktplatz zu beginnen. Insbesondere geht es hier um die Unternehmensangaben, steuerliche Informationen, aber auch ganz wichtig die Rechtstexte, die wir hier auf dem Marktplatz selbst festlegen müssen. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dabei und viel Spaß bei diesem Video. Freunde, wie im Intro angesprochen, möchten wir uns mal heute anschauen und alle Angaben auf dem Marktplatz Kaufland vervollständigen, um hier auf dem Marktplatz den Verkauf zu starten und loszulegen. Im letzten Video habe ich bereits über die Versandgruppen gesprochen und welche Möglichkeiten wir haben, Angebote auf dem Marktplatz zu erstellen. Falls du das Video nicht gesehen hast, dann findest du es oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung, sowie auch alle anderen Informationen zur Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Marktplatz Kaufland. Falls du neu dabei bist und dich interessieren solche Themen wie das Verkaufen auf Marktplätzen, aber auch alles rund um E-Commerce, dann abonnier gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann kein weiteres Video mehr. Und falls dir dieses Format gefällt, gib dem Video jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele weitere Videos und wir können uns hier als Community unterstützen und wachsen. Okay, falls du gerade auf dieses Video gekommen bist und dich gerade erst bei Kaufland registriert hast, Dann wirst du sicherlich dieses Fenster hier vor dir sehen, wo du noch einige Aufgaben zu erledigen hast, bevor du hier überhaupt live gehen kannst und loslegen kannst. Das hat hier Kaufland sehr gut strukturiert dargestellt, wo wir direkt über die Schaltfläche bearbeiten, zum jeweiligen Punkt gelangen, wo wir die zusätzlichen und restlichen Informationen und Angaben festlegen können. Ich habe bereits meine Angaben alle vervollständigt und du siehst es hier, meine jetzt veröffentlichten Schaltfläche ist hier dann gegeben. Es sind sieben von sieben Aufgaben, die wir hier noch vervollständigen können, aber optional haben wir hier noch die Möglichkeiten Warenlager zu nutzen und WEE Registrierungsnummern anzugeben. Das schauen wir uns natürlich auch an und ich würde sagen, wir legen direkt mal los und schauen uns das Ganze mal in dem Verkäufercockpit direkt an. So, im Sellerportal findest du alle Einstellungen, falls du auch noch was berichtigen möchtest, unter den Punkt Einstellungen und Shop-Einstellungen. Und wir werden uns das Ganze einfach mal von oben nach unten anschauen, welche Dinge wir hier einstellen können und vervollständigen müssen. Fangen wir mal mit dem Punkt Account-Profil an. Hier haben wir den Shop-Namen, den wir hier oben festlegen und wir haben den Link zum eigenen Online-Shop. Wobei der Link zum eigenen Online-Shop ist optional bzw. abhängig von deinem gewählten Tarif, was wir als nächsten Punkt gleich anschauen werden. Falls du das Ganze so gewählt hast und einen eigenen Online-Shop hast, kannst du natürlich das Ganze verlinken. Wir haben auch noch die Möglichkeit, ein eigenes Logo hochzuladen und dann die Einstellungen zu speichern. Im nächsten Punkt, wie ich schon angesprochen habe, haben wir hier die jeweiligen Tarife und Abonnements, wo wir dann dementsprechend wählen können, möchten wir hier das Ganze ohne den Link zum Online-Shop oder mit. Ich habe mich für den Link zum Online-Shop mit entschieden, weil die 10 Euro sind es mir wert, dass das Ganze auch verlinkt wird zu meinem Online-Shop und hier eine gewisse Kundengewinnung gegeben ist und extern dann vom Marktplatz-Kaufland auch weitere Verkäufe entstehen können. Du kannst natürlich für dich wählen, welches Paket du haben möchtest. Falls du keinen eigenen Online-Shop hast, ist definitiv das hier deine Auswahl. Für 39,95 Euro pro Monat zuzüglich der Mehrwertsteuer ist hier das günstigste und einzigste Paket, was du ohne Online-Shop nutzen kannst. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar den Unternehmensangaben. Die Unternehmensangaben haben wir bereits schon bei der Registration festgelegt und diese müssen nicht unbedingt geändert werden, es sei denn, bis dahin hat sich was getan. Wir sehen hier, die Unternehmensangaben sind hier schon mit Häkchen gekennzeichnet und wenn du was vervollständigen oder berichtigen möchtest, kannst du das natürlich tun, indem du die jeweilige Spalte aufklappst und dann das Ganze berichtigst. Hier oben haben wir noch im Reiter die Dokumente, was Neues hochzuladen, falls sich irgendwas ändert, kannst du das natürlich tun. Zum wichtigen Punkt kommen wir nun und zwar den Rechtstexten. Wir müssen das Impressum festlegen, die Datenschutzerklärung, AGB, allgemeine Geschäftsbedingungen, aber auch die Widerrufsbelehrung. Das sind alle Informationen, die du hier festlegen musst. Ganz wichtig, beginnen wir mal mit dem Impressum. Das Impressum generiert sich ganz automatisch, wenn du alle Angaben hier ausfüllst. Du wählst erstmal die Gesellschaftsform, bist du eine natürliche Person oder ein Rechtsträger oder juristische Person, im Falle einer Rechtsform wie in der GmbH. Und wenn du das Ganze hier soweit eingibst und dann auf Speichern drückst, hat sich dein Impressum erstellt und wird dann im Profil angezeigt unter den jeweiligen Angeboten. Zu den Punkten Datenschutzerklärung, allgemeine Geschäftsbedingungen und Widerrufsbelehrung brauchst du natürlich speziell angepasste und generierte Rechtstexte für dich. Und da habe ich immer noch eine klare Empfehlung und zwar Händlerbund. Ich selber bin schon seit 2016 hier Mitglied und beziehe meine Rechtstexte hier und dementsprechend kann ich das Ganze weiterempfehlen, weil der Service hier wirklich stimmt. So und zwar, falls du dich hier über den Händlerbund registrieren möchtest und deine Rechtstexte generieren möchtest, findest du unten in der Videobeschreibung einen Link, wo du drei Monate gratis bekommst. Du siehst es hier für jedes Paket drei Monate gratis. Und das ganze kleine Paket beginnt schon hier mit 9,90 Euro pro Monat. Darin enthalten sind natürlich abmahnsichere Rechtstexte inklusive kostenlosen Update Service. Das bedeutet, falls sich Rechtstexte irgendwie in der Grundlage ändern oder irgendwas Neues dazukommt, dann wirst du hier definitiv benachrichtigt und kannst deine Rechtstexte direkt aktuell wieder aktualisieren auf den jeweiligen Marktplätzen. Du kannst hier die Rechtstexte auf verschiedenen Marktplätzen nutzen. Bei dem kleinen Paket hast du sogar hier die internationalen Rechtstexte bis zu acht Sprachen inklusive und kannst diese dementsprechend auf die jeweiligen Marktplätze einfügen. Beim nächst höheren Paket hast du dann auch noch eine kompetente Rechtsberatung inklusive und von der kann ich wirklich auch nur Gutes sagen. Die habe ich schon öfters in Anspruch genommen. Also falls du irgendwelche Fragen hast in Bezug auf Verkaufen, Onlinehandel und so weiter, dann kannst du hier spezielle Anwälte an die Hand bekommen, die sich in den jeweiligen Bereichen auskennen und dann mit dir kommunizieren können. Hier haben wir zum Beispiel 10 Mails pro Monat, die wir nutzen können. Aber auch hier beim nächst höheren Paket, was ich selber nutze, das Unlimited Paket, hast du unbegrenzt E-Mail, aber auch telefonische Rechtsberatung. Und das ist sehr, sehr gut, wie ich finde. Du kannst jede Frage direkt stellen und kriegst direkt hier eine Antwort. Und ja, des Weiteren haben wir hier noch weitere Möglichkeiten beim Unlimited Paket. Wir haben hier eine Shop-Tiefenprüfung, falls du also einen Online-Shop hast. Wir haben Soforthilfe bei Abmahnungen und vieles, vieles mehr. Wenn wir hier mal nach unten gehen, dann wird das Ganze nochmal aufgeschlüsselt und gezeigt, welche Möglichkeiten wir haben. Zum Beispiel beim Premium-Paket haben wir 5 Marktpräsenzen. Das bedeutet, du kannst hier auf 5 Marktplätzen Rechtstexte generieren lassen und diese dann dementsprechend einfügen. Und ihr seht es hier, vieles, vieles mehr. Wie gesagt, Link unten in der Videobeschreibung. 3 Monate gratis, ohne irgendwelche Rabattcodes oder so. Über diesen Link bekommt ihr 3 Monate. Falls du sehen möchtest, wie du die Rechtstexte generieren kannst. Ja, dazu habe ich bereits ein Video gemacht, speziell für Händlerbund. Findest du auch oben in der Infobox oder unten in der Videobeschreibung. Und dann kannst du deine Rechtstexte mit den jeweiligen Angaben zu deinem Unternehmen generieren lassen und die hier jeweils einfügen. Und das geht ganz einfach. Wir öffnen hier mal Datenschutzerklärung. Den generierten Text fügst du hier einfach ganz normal per Copy & Placed ein und speicherst das Ganze. Sowohl auch die AGBs, aber auch die Widerrufsbelehrung können wir hier ganz einfach mit Copy & Placed hinzufügen und abspeichern. Die Rechtstexte werden dann für dein Profil, für dein Unternehmensprofil übernommen auf dem Marktplatz Kaufland. Des Weiteren haben wir hier noch Informationen, wie wir Links und URLs kennzeichnen können, damit diese auch anklickbar sind. Das solltest du natürlich in deinem Impressum und den Rechtstexten beachten. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar den EPR Compliance. Hier ist es nämlich so, dass wir gewisse Nummern, Registrationsnummern und Beteiligungen an verschiedenen weiteren Plattformen hier angeben müssen. Falls du Elektrogeräte und Batterieinhalte beinhaltete Produkte verkaufen möchtest auf dem Marktplatz, ist es zwingend erforderlich, diese Nummern anzugeben. Darüber habe ich bereits ein Video gemacht. Schaust dir auch gerne an, hier oben oder unten in der Videobox, wann du dazu verpflichtet bist, diese Nummern und die Registration abzuschließen. Und natürlich auch hier die Lucid-Nummer ist wichtig, die wir ja bereits bei der Registration schon angegeben haben. Hier kannst du diese Nummern jeweils angeben. Kommen wir zu steuerlichen Informationen. Bei den steuerlichen Informationen geht es hier insbesondere um die Umsatzsteuer-ID und für das OSS-Verfahren, One-Stop-Shop-Verfahren, musst du hier eine jeweilige Umsatzsteuer-ID, die eigentlich die gleiche ist, wie auch hier oben für den Firmensitz, angeben. Weitere Informationen zum OSS-Verfahren habe ich auch bereits ein Video gemacht, schaust dir auch hier oben oder unten in der Infobox an. Des Weiteren haben wir hier steuerliche Ansässigkeiten. Bei den steuerlichen Ansässigkeiten geht es hier insbesondere um die Steuer-Identifikationsnummer, die du angeben musst, damit hier das Unternehmen sehen kann, dass du auch steuerlich gemeldet bist und Steuern abgibst. Ganz wichtig, falls du nicht weißt, um welche Nummer es hier geht, kontaktiere deinen Steuerberater, der wird sie dir nennen. Ganz wichtig, ohne das geht es natürlich auch nicht. Kommen wir zum nächsten Punkt und zwar der API. Bei der API handelt es sich um eine spezielle Nummer, die für Schnittstellen und andere Plattformen genutzt werden kann, um hier den Marktplatz mit der jeweiligen Schnittstelle zu verbinden, wie zum Beispiel auch ein Warenwirtschaftssystem, um hier das Ganze miteinander spielen zu lassen. Das nutze ich selber auch. Du kannst hier eine neue generieren lassen und kannst diese dementsprechend nutzen. Soweit zu den Shop-Einstellungen. Wir haben hier noch weitere Einstellungen, wie zum Beispiel Zahlungsdaten, Übersetzung und Übertragung, Blocklisten. Wir können hier tatsächlich auch Kunden auf Blocklisten setzen und die bei uns dann nicht mehr kaufen können, wenn es irgendwelche betrügerischen Absichten hier gemacht werden. Dann haben wir Kontaktdaten, die wir machen können. Wir können hier Mails-Einstellungen machen und Nutzer und Rechte vergeben. Das Ganze möchte ich in einem separaten Video euch zeigen. Das findest du auch unten in der Videobeschreibung, in der ganzen Schritt-für-Schritt-Anleitung oder auch oben in der Infobox immer sehr gerne sich das mal anschauen. Und dann schauen wir uns aber noch mal kurz die Retouren-Einstellungen an, die ja auch wichtig sind, um hier dann den Schritt abzuschließen, um die ganzen Aufgaben hier zu vervollständigen. Unter Einstellungen und Retouren-Einstellungen können wir die ganzen Retouren-Prozesse festlegen beziehungsweise die ganze Abwicklung, wenn ein Kunde ein Produkt retournieren möchte. Und es beginnt hier mit dem Retouren-Prozess, wo wir festlegen können, ich möchte ein eigenes Retouren-System nutzen. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel bei DHL einen Retouren-Vertrag habt, könnt ihr hier diesen Punkt wählen und dann eure DHL-Daten eingeben. Falls ihr nicht wisst, um welche Daten es sich hier handelt, fragt einfach bei DHL nach und dann werden sie euch die nennen. Und das Ganze vereinfacht den Retouren-Prozess, um hier den Kunden direkt ein Rücksende-Etikett zur Verfügung zu stellen, um hier den ganzen Ablauf und Prozess zu beschleunigen. Natürlich habt ihr auch die Möglichkeit, individuelle Nachrichten zu schicken. Wenn ihr das wählt, dann bekommt der Kunde eine spezielle Nachricht. Hier könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr die Kosten nicht übernehmen möchtet, auch dem Kunden direkt eure Rücksender-Adresse mitteilen und den ganzen Rücksende-Prozess einmal schildern. Dazu habt ihr 1000 Zeichen, um das Ganze hier zu machen. Und als letztes habt ihr hier nochmal ein Ticket erstellen, also ein Ticket-Prozess, wo ein Kunde erstmal ein Ticket einleitet und dann habt ihr die Möglichkeit, dem Kunden hier drauf zu antworten. Wichtig ist natürlich noch, die Retouren-Adresse anzugeben. Bei der Retouren-Adresse habt ihr hier die Möglichkeit, euer Lager anzugeben oder auch euch selbst, wo ihr die Ware zurück empfangen möchtet. Gebt ihr hier einfach die Daten ein. Und bei den Retouren-Bedingungen habt ihr hier die Möglichkeit, noch die Widerrufsfrist anzugeben. Ihr könnt sagen, ihr möchtet das Ganze mit 30 Tagen oder 31 Tagen, dann wäre es ein Monat. Oder ihr könnt natürlich die gesetzliche Widerrufsfrist nutzen von 14 Tagen, was ich euch aber nicht empfehle. Kunden möchten schon das Ganze ein bisschen länger haben. Aber 30 Tage ist so gängig. Und dementsprechend ist es auch wichtig, diese 30 Tage bei der Konfiguration eurer Rechtstexte festzulegen, für die Widerrufsbelehrung. So, und dann könnt ihr noch wählen, Retouren sollen für alle meine Pakete kostenlos sein oder Retouren sollen ab einem Artikelpreis von über 40 Euro kostenlos sein. Ja, das könnt ihr hier wählen und dann dementsprechend hier abspeichern und abschließen. Dann seid ihr so weit gekommen, wie auch hier zu sehen. Wenn ihr dann alle sieben von sieben Aufgaben gemacht habt, könnt ihr jetzt veröffentlichen drücken und habt eure Registration abgeschlossen und könnt hier direkt loslegen, mit weiteren Angeboten zu erstellen, um hier den Verkauf auf dem Marktplatz Kaufland zu beschleunigen. Falls du Fragen hast zu all diesen Themen, aber auch insbesondere jetzt hier zu den Angaben, Unternehmensangaben, aber auch Rechtstexte, gerne die Kommentarfunktion nutzen. Ich helfe so schnell wie möglich weiter. Und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg, viel Spaß und freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Alles Gute, ciao.